Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TTT mit einem aus dem Team Peetsmeet. Hallo und ich bin innocent. Hallo Peter. Hallo, ich dachte gerade, du hättest gekauft. Ich hab wieviel Computer hier angeguckt, das ist voll das Product Placement da. Verschwinde im Rauch! Viel Spaß. Ist das... ist das... ist das mystery? Nein, deswegen hab ich auch gesagt, verschwinde im Rauch. Jeder ist da in dem Raum. Ah ja, sorry. Fuck you. Da war nur ne Disco. Alter, wir sind zu fünft hier, wir sind zu fünft hier. Das war eigentlich nicht gut. Da ist jemand geschossen, einer hat geschossen. Da vorne in dem Raum. Ich dachte wir wären zu fünft hier. Das war bei Bram. Bram war da bestimmt. Das war bei Bram. Da ist kein Toter drin, geht da reingucken. Da ist kein Toter drin. Ich hab da total behindert. Da ist kein Toter drin. Chris? Hadi? Was willst du von mir? Weck mal bitte hier ein bisschen. Was soll ich denn decken? Chris, bist du tot? Christian ist auf jeden Fall gestorben. Da bin ich sicher. Der ist da vorne und da ist irgendwas explodiert. Bram wirft irgendwas. Ja, das will ich jetzt kommen. Da kannst du gerne reingucken gehen. Da ist ein Toter drin. Ich seh den Toten da drin. Hier ist kein Toter drin. Ich seh den. Da neben dir ist der. Hinter dir. Hadi ist der andere. Doch, da ist der Toter. Er ist tot. Hadi ist tot. Nein! Nice, Sepp. Sehr schön, sehr schön. Oh Mann. Ich wollte zum Augenblick meinen Satz zu Ende sprechen, als Bram da reingegangen ist. Da ist kein Toter drin. Da sind nur 5 Liter Blut oder so am Boden. Da ist kein Toter drin. Da war ein Toter drin. Alter, wie ich den da weggereicht? Ich lieb das ja immer noch. Ich lieb das ja immer noch. Ich lieb das ja immer noch. Loll. Alter Bram, ey. Okay, den hab ich nicht gesehen. Bei mir ist die Wand auch nicht blutig. Der ist auch doch da an der Ecke. Nuh, 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 nuh. Alles klar. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den Raum durchsucht und hab den nicht gesehen. Okay, dann macht er mich natürlich ein bisschen suspicious, gebe ich dazu, wenn jemand mit und ich nicht. Ja vor allem, ich hab den noch getötet und Bram sagt, da ist keiner. Aber ich denk so, Bram, ey. Bram sollte Schiefsrichter werden beim DFB-Programm. Ich hab den nicht gesehen. Der sieht alles. Ja, super. Als Innozenter hab ich mich dadurch selbst gekippt. Quasi. Ja, aber Hadi hat dich ja mit Mellelauter eh gekippt. Ja, ich weiß, aber... Ja, da macht das Spaß. Wär doch nicht mehr lebend rausgekommen, weil ich die Massen um mich hatte aufgrund der Falle. Ziemlich. Ziemlich. Von der ich nicht mal wusste, dass hier eine Falle schon ist. Ne, Peter, komm. Das ist jetzt schlecht. Kein Spaß. Ja, ne, alles cool. Peter, schieß! Peter, schieß! Das ist gelogen. Du stehst vor mir, die Lava-Backe. Hier liegt ein Toter. Hadi ist tot. Ist klar! Peter hat einige getötet. Motherfucking Hadi steht vor mir! Leute, wer wirft mich mit Granaten. Boah, der ist wieder ein Friesling. Leute, ich hab Schaden gekriegt. Alter, die Tür von der U-Bahn, die macht einem Schaden, wenn die zu wird. Hadi? Ja, ist doch normal. Die geht halt einfach zu. Du kannst mir mal dein Maul halten. Kannst du dein Maul halten, Mama? Ja, was du? Hier, komm wieder da raus. Hier hast du einen Incendary. Fick dich. Das ist echt eine. Das war nicht gelogen. Alter! Das war wirklich eine. Ja, Alter, ich stehe! Der Pferd war einfach kein Spaß! Ist Peter tot? Nein, Peter lebt noch. Bram ist es! Bram ist es! Bram hat mich mit dem Baby-Launcher bevor geschossen. Bram hab ich... Bram ist es wirklich nicht. Bram ist tot. Echt? Hat Sepp gemacht. Sehr gut. Und Bram... Wer ist denn noch da? Hadi oder Pete? Wer ist es? Ich hab keine Ahnung. Fick dich, Hadi. Äh, Peter. Du kommst mir zu... Feier, du bist jetzt so weit von. Du verreckst. Komm mit deinem Maul-Launcher! Du Stinker! Hast du Hadi wenigstens gemacht? Ja, klar hab ich den gemacht. Shit. Ah! Double Kill! Jawohl! Das gab Punkte. Bisher hat keiner mitgekriegt. Das war ganz gut. Das stimmt. War Sepp auch schon tot? Der Faust. Der Faust ist tot. Hab ich auch gemacht. Na. Wie soll ich denn da Punkte machen? Der Baby-Launcher, der ist zu gefährlich. Ja, der trifft nie. Finde ich. Ja, der trifft doch so. Und du siehst auch, wo der hergekommen ist. Ja, das stimmt. Also... Der ist halt echt so... Eigentlich den Maul-Launcher in Scheiße. Nur vom Style her ist er cooler. Der ist halt lustiger, ja. Der hat die Map gar nicht mehr so groß ist. Nee, die ist echt gar nicht so groß. Ich dachte erst, die wär voll riesig. Aber ist sie nicht. Easy. Ich bin an der Piste. Wir sind schon wieder zu viert. Oh! Oh! Man kriegt den Schaden! Aua! Dann würde ich nicht runtergehen. Wo kriegt man Schaden? Wenn du... unter die U-Wahl gehst. Was ist los Zip? Ja, mal gucken. Zwo, eins... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. KRISTIAN! KRISTIAN ist es? Was? KRISTIAN ist es RAM. 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 KRISTIAN ist es RAM! Gibt zwei! Nee. Alter! Da strahlt! Wo denn? Ohhhh! Hardy weg hier! What the fuck? Ich hoffe nicht, dass du das warst, aber ich vertraue dir einfach mal, Hardy. Nee, ich habe das Ding ja nicht in der Hand gehabt. Geh weg, dann! Dann ist er nicht in der Nähe. Ja, dann war es halt... Keine Ahnung. Dann hau den weg. Dann ist Sepp der andere weg. Nein, ich hau nicht weg! Dann ist jetzt Sepp, glaube ich noch. Oder? Du Ficker, Hardy! Du hast da ne... Du kleiner Scheißhaufen! Fuck! Näää! Jihihihihi du kleiner Scheißhaufen! Nääääää. Mann!! Du bist so eine Funz! Hey, du bist so eine Funz! Was? Hardy wird beschossen! Dann wurde keine eine Mütze beschossen. Was willst du mit deinen verfickten... Er pharmacy erstmals vara 열�ischt und nicht auf die Haus wegmachen. Das war voll gut, die standen zu zweit hintereinander, Bram war eingelaufen, schickt auf mich und Sepp geht erstmal in Deckung. Das, Christian, das war doch schon klar. Ja. Ich wollte, Bram war genau vor mir, ich hätte ihn über einen Haufen geballert. War ne schöne Schotty. Ich hab dir so krass vertraut, du kleiner Spasti. Was? Jetzt gehen schon die Racherrunden los, oder was? Ja. Warte, was das war? Musst du eben kurz einmal lecken? Ich bin salty. Du bist einmal lecken? Alter, witzig, salzig. Richtig schlecht. Und wenn ich jetzt Traitor wär, ne? Schade. Schade, aber ich geh Hadi trotzdem bis auf den Sack. Bram, ey. Okay, du bist Traitor, du kleiner Schlamm. Alter, was ist das? Hadi? Alter, fick dich. Geh weg. Alter, geh weg. Alter, war das? Ne, das war kein Launcher. Irgendwo dahinten ist der... Alter, geh raus hier! Geh raus, du Assi! Alter, lol! Was du... Ich dachte... Ich hab grad Shay abgeklappt. Ach, Shay und Hadi. Weil der mir den Weg aus der Tür versperrt hat und ich Schaden vom Feuer gekriegt hab. Ich dachte, der hätte auf mich geschossen. Ja, dann confirm wir doch mal. LOL, echt? Okay, nice. Alter, was war das denn? Rampart. Oh, ne Scheiße, ey. Das ist so ein Witz, Hadi. So ein Random Killer. Wir haben nichts bekommen, diese Runde. Oh, Mann, ey. Oh, jetzt sei mal nicht so salty, ja? Da muss man abkönnen. Ne, weißt du, immer werde ich gerandom killed. Immer ich. Ich spiele immer total richtig. Und dann werde ich immer gerandom killed. Das war da. Das ist so ein Drecksack. Ich bin immer, guckt euch an. 20 Punkte. Ich bin immer mit vorne dabei. Immer. Ja? Das ist ein Witz. Ich bin immer gerandom killed. Das macht keinen Spaß mehr so was. Ohne Scheiß. Was? Warte am Arschlecken. Ich mach jetzt alle platt. Ihr Ficker. So. Die Rache des Jace wird jetzt kommen. Und sie wird hart. Und erbarmungslos. Haarig? Haarig wird sie auch. Ne, Christian nicht, Christian nicht. Christian ist cool. Christian ist mein Buddy. 3, 2, 1. Darf ich jetzt? Jetzt? Darf ich? Ja, mach mich. Bram, Bram. Ja, aber Stefan noch keine Waffe. Das ist ja lustig. Deswegen musste ich dich leider machen, Bram. Bram, wir sind Chris, es ist Chris. Chris und Pete. Chris und Pete. Chris und Pete. Oh nein. Jetzt ist er dir hergelaufen. Schon lange tot? Bram ist es. Oh Mann. Du hast echt einen Schlaganfall mal gehabt, oder? Was ist denn jetzt hier gerade passiert, Christian? Wie hast du denn so viele Gegner gekehlt? Bram und Sepp sind halt hier drinnen rumgelaufen. Sepp hatte keine Waffe. Und da musste ich Bram halt zuerst wegmachen. Dann konnte ich einfach Sepp wegmachen, der nur ein Schwert hatte. Ja. Dann kamst du hier vorbeigelaufen und hinter dir lief und glaube ich... Wer ist denn das hier? Hadi, ja? Ich hab halt... Ich hatte diesmal Bram nicht gesagt wegen meinem Schlaganfall, sondern weil ich Bram mit Sepp halt nebeneinander laufen hab gesehen. Also die Runden hier gehen viel zu schnell und... So, jetzt fickt euch, jetzt gibt's Counter-Strike, ihr Affen. Jetzt kommt aber meine Revenge. Aber alles taktische Entscheidung. Jetzt kommt meine Revenge. Wut? Ah, warte ne Runde, ey. Hallo? Ich muss hier erst raus. Ah, du hast ne Schrotze, das find ich nicht so cool. Ich bin stark. Moment, hier ist doch normalerweise Schrotze-Emmo, nicht Diegel-Emmo. Gib mir Money, gib mir Money. Ja, die Wachen wechseln scheinbar. Roger? Alter, Bram geht mega ab. Oh, Alter! Feuer! Hadi? Ich steh im... Nein! Ich steh im Feuer! Nein! Alter, ist das Mädchen, das in Klammen steht. Warum rennt ihr denn auch ins Feuer rein? Alter! Wer schießt denn die ganze Zeit mit dieser Ropse? Ganz ehrlich, ich glaub, dass das Bram ist. Boah, Alter. Allein deswegen. Ja, Bram... Strahl! Alter, Alter! Da war ein Strahl. Das war Bram. Wer war der? Das war Bram selber. War der Zepp? Das war Bram selber. Das war Bram hundertprozentig. Ich hau den jetzt weg. Was? Weiß das, der das ist. Das kam aus der Richtung. Warum solltest du mich denn weghauen? Doch, ich... Christian, ihr seht ab! Alter, wie so ruckelt denn das bei mir? Mann! Oh! No! Yo! Ist klar, lebst du noch Christian? Ja, tut mir leid, wenn Hardy... No! Er lebt wirklich noch Scheiße. Ja, GG. Nein! Nein! Dieser M16 ist so eine Hurenwaffe! Ja, ich hab mir halt... Weißt du, Hardy hüpfte halt vor mir rum. Und da der dran machte, das war Bram. Ich wusste das, Bram. Das war Bram. Ich wusste das, der das ist. Das ist geil. Aber die Sache mit dem Feuer... Ich war schon in Flammen, da war ich... Da waren wir noch in der Preparating-Phase. Alter! Elf... Elf Minuten! Ja, vielen Dank fürs Zuschauen! Ja, man! Schon wieder gewonnen! Woo! Schon wieder gewonnen, ey! Frech! Letzte Folge ging sehr lang, diese Folge geht sehr kurz. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschüss! Ciao! Ciao! Oh, oh!